Das ist das Programm und Sie sehen, da ist viel los. Frau Barmann, vielleicht gucken wir kurz mal rein. So was fällt Ihnen sofort ins Auge? So was fällt Ihnen sofort ins Auge? So was fällt Ihnen sofort ins Auge? Herr Haider, kommen Sie gerne zu mir nach vorne. Sie haben ja heute einiges vor. Von Siegen aus geht es jetzt auf die A45 Richtung Süden. Wir biegen auf die A3, auf die A5, die A81 an der österreichischen Grenze, auf die Inzhal-Autobahn. Wir fahren weiter über den Brenner, rechts hoch, links auf der anderen Seite runter, immer weiter geradeaus. Und dann... 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 Viel Spaß mit ABBA! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018